So, und da sind wir wieder bei Borderlands 2. Ach ja, genau, da sind wir wieder. Ich frag nicht, wie der seinen Doktortitel bekommen hat. Man kann auch übertreiben mit Sterben. Scheiße. Ich lass mir Zeit. Stört. Wieso seid ihr jetzt bei dem Tor? Hey, ihr Idioten, das ist kein von unseren Fahrzeugen. Weil ich da hingelaufen bin, wegen der Mission. Aber ich muss das doch filmen. So, kommst du nicht in den Daten rein, Geil. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in den Truck ankommst, der wie einer von ihren Hauers sieht. Komm aber schnell her, ich bin gerade, ich liege im Sterben. Wie sorgt ihr so ein Ekelschlitten? Aha. Wir versuchen nicht zu sterben. Eddie wohnt weit draußen im Banditengebiet. Sei vorsichtig an die Hand. Wie wert, wenn wir erstmal diese, äh... Ja. Mission hier abgeben, die wir gerade gemacht haben. Ja, mach das mal. Ich versuch gerade zu retten. Wie wert, wenn du mich mal rettest. Ja, ich versuch da gerade rüber zu kommen zu dir. Komm schon nicht. Ich mach Wiederbelegung. Ich mach einen Second Wind und er killt mich. Kann ich auch schießen? Nein. Ich kann nicht schießen, während ich dich wiederbelebe. Und ich wurde gerade von dir weggeschossen und dann... Jetzt bin ich tot. Und ich auch. Quass. Ne, ich bin wieder drin. Jetzt gehen wir aber nach Südafrika. Nach Südafrika? Für die Mission. Suddust. Wieso? Wir müssen doch erstmal die andere abgeben. Aber das ist ja in Sanctuary, oder? Ja, und? Da können wir uns so hinbauen. Wenn sie das klingt, wie sich schon eine Schnellreisestation. Ja, ich weiß wo. Oh, ich kann die Spawnstation nicht benutzen. Bei mir ist gerade der... Ja, ihr fahrt mal in eurem Auto, ne? Ich fahr mal in. Ja. Bin ich auch für. Oh, ihr habt das cool gestylt, ja. Ich hab normal. Aber zumal, ich geh gleich mal eben. Ich bin mal eben kurz AFK. Ich moderiere dann weiter. Ach, ich sterb nicht so schnell. So, dann bin ich wieder. Okay, ich werd hier grad voll mal trittiert. Scheiße. Aua. Ihr habt nicht voll umgefahren. Hilfe. Ein Badass Bandit-Technickel. Wie? Badass Bandit-Technickel. Ja. Hab ich ja noch nie gesehen. Ich eben auch nie. Sollten sollen, als ich die Scharste zu handel. Sorry, wie bitte? Du musst lauter schrecken. Hä. Das war super. Oh, hi. Hab dich gar nicht gesehen. Okay. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das noch nie gesehen. Was? Den Film. Video. Ich nehm mal gar die Mission von dem da oben an. Was hat der denn? Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Kopter-Trupp geschmissen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psycho-Kopfvolleyball. Ich würde dann gerne nach Sanctuary zurück. Warte, 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 nein. Lass uns erst noch was ausprobieren. Was denn? Da, da hab ich mal von gehört. Komm mal zu mir. Och ne, du schickst mich da doch nicht rein. Und zerquetscht mich da. Nein, nein, das ist ein, das ist ein Bug, wenn du da reingehst und ich mach das hier. Wenn das zu zweit ist, dann stirbst du nicht, sondern du bekommst ganz viel Geld. Glaube ich dir auch, ey. Ich weiß, was dann passiert. Find ich gut. Ehehehe. Find ich nicht böse. Ich verliere wenig. Wieso bist du plötzlich neben mir gespawnt? Abgefragte Freunde. Bett ist Rang 1. Siehst du, ich hab doch gesagt, du bekommst was dafür. Aber voll wenig Geld. Wieso konnte man grad meinen Mauszeiger sehen? In der Aufnahme wahrscheinlich eh nicht, aber... Achso, ey. Ey, 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 bleib mal hier. Okay, bleib mal in dem Raum. Und dann? Holst du dir da was raus? Ja. Loll, ist das gerade zweimal die gleiche Granate? Die finde ich aber nicht so gut. Mach's halt nochmal. Ja. Oh, warte mal. Mein Inventar ist, glaube ich, voll. Das sind das schon Worte, ey. Ich muss erst kurz verkaufen. Was? Eine erforderliche SMG für Level 11. Habe ich mir mal eben alles geschnappt und verkauft. Wer hat gerade eine Herausforderung gemeistert? Alles klar? Du siehst irgendwie blutig aus. Aha. Du bist heiß. Ich bin heiß. Du siehst irgendwie blutig aus. Aha, warte. Okay, ich hab mich grad besser gemacht. So, jetzt, dann gehen wir da mal ab bei dem, ne? Was macht ihr da? Das ist meine. Das auch. Ey, warte mal. Kommst du mal kurz? Warte, ich geb eben ab. Zu mir, ich geb dir ne gute Waffe. Ach ja, ich sollte die Effekte dieser E-Tech-Waffen an Banditen studieren. Im Moment sieht's folgendermaßen aus. Die sterben, wenn du genug auf sie schießt. Oh, die sterben, wenn ich genug auf sie schieße. Hab grad ne neue Waffe. Ey, warte, bleib hier. So, ähm. Eben tauschen. Du musst annehmen. Ja, drück ich gerade. Warte. Ich drück X. Dann kommt das gleich. Das dauert aber ziemlich lange. Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt. Was ist denn? Du willst du die hier haben? Was ist denn das für eine? Hä? Hä, wie soll ich jetzt weggedruckt? Hä, ich will gar nicht kämpfen. Frag ich mich auch. So. So, jetzt, ähm, wir dupen die beiden einfach, die ich hab. Was ist denn das für eine? Ich kann die gar nicht sehen. So, jetzt, ähm, wir dupen die beiden einfach, die sind gut. Aber du darfst mich nicht töten. Bist du dir sicher? So, jetzt schmeiß ich die, die Sachen raus. So, jetzt schmeiß ich die, diese Sachen raus. Untertitelung des ZDF, 2020